Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Outlast Whistleblower Part 4. Oh mein Gott. Ja, und ich war gerade an der Stelle, als mich der Hackfleischhassende Zerhacker verfolgt hat. Genau, und diese Stelle war brutal. Ich hab voll Schiss. Ja, übrigens, ich hab hier noch meine Arbeitsklamotten an. Ich war gerade bei der Arbeit, also ich hab gerade ein Praktikum als Industriemechaniker. Und da stelle ich mir immer so vor, wie ich dem Hackfleischhassenden Zerhacker seinen Kopf in die Drehmaschine einspann und seinen Kopf wegdrehe. Aber das ist eine andere Geschichte. Jetzt geht's auf jeden Fall weiter. Ähm, ich hab Angst rauszugehen. Egal, YOLO. Hallo, hey, Fridolin, ich hab keine Angst vor dir. Ach, ich glaub, das ist die neue Animation, wie der die Türen zumacht. Jetzt verstehe ich das. Egal. Oh, scheiße, ich hab voll Angst. Okay, da ist ein Klo. Jetzt hab ich noch mehr Angst. Da liegt Kaka drin, jetzt hab ich noch mehr Angst. Ähm, hallo? Oh, nee. Hey, alter, scheiß Klo. Geh mir aus dem Weg, okay? Ähm, oh, ich bin gerade voll bedäppert, sorry. Die Luft in der Firma, die ist höllisch. Ähm, ja, ich muss da durch, aber ich trau mich nicht. Egal, YOLO. Da ist keiner gar nichts passieren. Och, nee. Oh, Leute. Oh, das ist doch krank. Du weißt, dass da so ein Typ rumläuft. Und nein. Nein, nein, es geht nicht. Fuck! Hallo? Hallo? Boah, das sieht aus wie mein Mathelehrer. Nur hübscher. Okay, Daniel. Es wird alles gut. Es wird alles gut. Was ist das? Hey, was ist das? Hey, du Sahund. Was ist denn das hier? Ein Knopf für die Lampe. Hä? What the fuck? Das ist ein Knopf. Aber was kann ich mit dem machen? Wieso habe ich eigentlich die scheiß Taschenlampe? Da werde ich kaum was sehen. Was heißt Taschenlampe? Ich meine die Nachtsicht. Okay, scheiß drauf. Fuck! Oh! Wo muss ich lang? Wo muss ich lang? Muss ich da rein? Nee. Das ist das Spiel. Das DLC ist kein DLC. Das ist eine kranke Scheiße, Alter. Mit dem Spiel kann man Menschen töten. Ganz ehrlich. Hey, fuck. Wo soll ich lang? Nach rechts? Nach links? Geradeaus? Es krabbelt in der Kiste. Es krabbelt in der Kiste. Und du bist weg. Also geradeaus. Oh! Oh! Das war mein Schatter, ey! Scheiße! Ich nur mein Schatter. Da gehe ich jetzt rein! Ach, die Tür ist zu scheiße. Hallo? Hallo? Oh nein! Ich schwitze, ich schwitze jetzt schon wieder wie ein Schwein. Ah! Okay. Es wird alles gut. Guckt euch an, wie muskulös ich gebaut bin, Alter. Der neue Arnold Schwarzenegger. Mit einem sexy Hut. Und mit sehr langen Beinen. Ach, scheiße! Fuck! Ich verstehe es nicht. Ich muss das Gas abdrehen, aber ich finde den Gas nicht. Hey, hallo? Hier ist ein Dokument. Was haben wir hier schönes? Projekt Wallriders. Es könnt ihr euch alles durchlassen. Einfach Stop drücken. Und ich lasse es mir dann einfach durch, wenn ich den Part wieder bearbeite. Ja, genau. Hallo? 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 Dieser verdammte Hackfleisch-hassende Zerhacker, der... Ich habe Angst vor dem. Keine Ahnung, warum. Das ist nur so ein Stängel, aber den kannst du eigentlich umschlagen mit einem kleinen Finger. Aber ich schaff's nicht. Weil er einfach so krank aussieht. Wenn ich da jetzt vorbeiläufe, dann kommt doch da was aus der Tür. Das ist doch klar. Ich halte es psychisch nicht aus. Ich halte es doch aus. Okay, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, aber okay. Da ist das Gas. Da muss ich das Gas abschalten, denke ich. Was ist das? What the fuck? Der ist definitiv nicht tot. Der ist nicht tot. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Aber der lebt noch, der Sound. Und was ist da mit der Türe los? Ach, scheiße. Ha, 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 ha. Was labert der für eine Scheiße? Was labert der? Halt dein Maul. Hä? Ach, das kann ich ja gar nicht abdrehen, oder was? Ich glaube, ich stehe im Wald. Hey, kannst du mir helfen? Du dummer Sahund, wenn du mich jetzt erschrickst, dann erschrecke ich deine Mutter und es wird ihr nicht gefallen. Hallo? Der hat die Türe zugemacht. Ich hoffe mal, es war er. Oh, nee. Das mache ich jetzt bei jeder Türe. Ich schreibe bei jeder Türe rum, Alter. Er speichert. Was sind das für Geräusche? Oh, nein. Oh, nein. Das war der Hass-Hass-Hass-Fucker. Der Hackfleisch-Hass-Hass-Hasser-Fucker. Hey, du fehlkopf. Ich habe keine Angst vor dir. Ich habe keine Angst vor dir. Oh, what the fuck? Ja! Hilfe! Hilfe! Ich fehl deine Mutter, Alter! Hilfe! Ich bin im Arsch, ich bin im Arsch, ich bin im Arsch, ich bin im Arsch. Fuck, ich lebe noch. Hey, was geht ab? Sexy man. Oh, rein! Scheiße! Schau mal zu! Scheiße, scheiße, okay. Okay, 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 okay. Oh, nein, ich bin im Arsch. Ich bin aber richtig im Arsch. Wo ist da hin? Ich bin mir so froh. Oh, fuck. Okay, Yolo! Okay, okay. Okay, okay. Batterie! Nein, du Idiot! Du sollst die Batterie... Der lutscht doch Klosteine! Kommt der da jetzt rein? Ah! Ah! Fuck! Hahaha! Oh, nein! Ah! Ich will die Batterie! Neh, die Batterie! Ah! Steh, rennen! 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 Töber zu! Töber zu! Töber zu! Ahh! Fucking bullshit, Alter! Ich glaube, ich war in dem Kontrollraum richtig da. Geradeaus da. Ich glaube, da muss ich hin. Da. Da gehe ich jetzt auch rein. Ist mir scheißegal. Da mache ich die Türe zu. Und dieser homosexuelle YOLO-Swagger soll einfach herkommen. Das ist mir so scheißegal. Okay, sehr gut. Sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus. Hier ist eine Batterie. Aber ich verstehe immer noch nicht ganz, was ich machen muss. Kann ich da hoch? Ich glaube, der ist schwul. Oh nein. Jetzt muss ich aber da raus. Und ich will nicht raus. Ich schaff das nicht. Okay, doch. Ich schaff's. Hallo. Hallo. Ah! Oh fuck. Ich bin... Ich... 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 Was? Hilfe! Oh! Okay. Okay. Ganz ruhig. Komm her! Komm her! Ja! Wo bin ich? Oh mein Gott! Sexy S. Sexy S-Lady. Hey! Sexy hackfleischhassender Zerhacker! Wop! 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 Open Outlast Style! Okay, wo muss ich hin? Ich hab keinen Plan, was ist das da? Ah, muss ich die zutreten oder was? Nee. Hallo? Ah! Okay, okay, okay. Uuuuuh! Hey, wo bist du? Rüdiger? Hans-Peter Wurst! Wo bist du? Uuuh! Hilfe! Ja, du Loser! Du dummer Loser! Ich verstehe, wo ich hin muss. Ich verstehe ganz, wo ich hin muss. Oh, die Batterie habe ich schon. Fuck! Ah! Woher weiß der, wo ich bin? Ist das schwul? Okay, ich nix mehr gegen Schwule. Ich auch. Ich verstehe ganz, wo ich hin muss. Ich verstehe ganz, wo ich hin muss. Aber ich verstehe immer nicht wo ich hin muss. Ich habe keinen Plan irgendwie. 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 Wo muss ich hin? Bin ich hier richtig? Cool Oh, ich bin richtig gefickt Holy fuck Ah Ja Ok, 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 der hat die Türe eingerammt, dieser Wichser, ich glaube ich steh im Wald Wo geht's da? Ok Was? Gasroom! Da ist ein Gasraum irgendwo hier, hier, hier Hier ist irgendwo Gasraum Wo ist der Gasraum? Wo ist der scheiß Gasraum? Ich versteh's nicht Ja, geh doch rauf! Da! Oh Ok Eine Trophäe! Eine Trophäe! Hallo? Ha 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 Ah scha- What the fuck? Okay! Ich schaff das! Oh nein! Okay, ich schaff das! Ich habe eine Kamera! YOLO! 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 Oh fuck, ich bin richtig am Arsch! Komm schon, renn! Du schaffst es, Rüdiger! Schnell, 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 schnell! 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 Es speichert! Hier ist es Maria! Da ist eine Batterie! Hör mich im Dunkel! Wieso sieht es hier alles so scheiße aus, ey? Wieso? Wir müssen hier lang fallen, was wir tun? Ach, was los! Schnell! Schnell! Oh nein! Schnell! Ich hab nichts im Griff, aber okay. Jesus Christus! Ich sitze im Klo. Ist der Tod? Sieht mir lebendig aus. Aber ich hab so ein schlechtes Gefühl bei der Toilette. Hehe. Aber ich mach sie auf! Wuhuu! Irgendwie ist da nie was in der Toilette. Ich versteh das gar nicht. Ich versteh das nicht. Für was gibt's die überhaupt? Ja, okay. Jetzt sind wir aufs Klo. Das ist ja logisch, aber... Oh ne, wieso hab ich die Türe jetzt zugemacht? Hehehehe. Oh, YOLO! Oh ne! Oh ne! Oh ne! Was ist das für ein Raum? Der ist zu, Gott sei Dank. Meine Batterie ist gleich leer. Oh, fuck! Ah, das ist da, wo die vorher geflüchtet sind, glaub ich. Oder? Oh ne, jetzt ist die Batterie leer. Ich wechsle sie mal. Oh ne! Oh ne! Oh ne! Oh ne! Neuuuun! Ah, da war doch vorher diese Hackfleischhassende Zeracker, oder? Bin ich überhaupt richtig? Bin ich hier 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 am Arsch? Oh, fuck! Wo? Hallo? 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 Okay, schnell, schnell, schnell! Renn! 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 Oh, fuck! Hä? Ich glaube, ich bin völlig falsch, Klopfe, Leute. Jetzt sitze ich gerade irgendwie richtig im Kacka. Deswegen sag ich Tschau. Und bis zu Part 5. Da finde ich den Weg. Ich bin mir sicher. Tschau! Tschau! Das hat mir ein Kumpel gesagt, das soll ich mal machen. Deswegen hab ich jetzt einfach mal gemacht. Tschau! Okay, tschau! Ich muss mich jetzt mal melachen. Das ist so, dass du klar saisest niemals. Es ist eigentlich, dass die Welt zuerstern. umentetzen你的. Vielen Dank.